Schön, dass Sie alle gekommen sind, meine sehr geehrten Damen und Herren. Da es ein gemeinsamer Neujahrsabang ist, möchte ich meine Mitgastgeber herzlich begrüßen. Das ist der Kreisvorsitzende der CSU München-Mitte und unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Rathaus, Hans Theis. Lieber Hans, herzlich willkommen. Es ist des Weiteren die Kreisvorsitzende der CSU München-Süd und Stadträtin Veronika Mera. Liebe Froni, herzlich willkommen. Und es ist mein alter Freund, Stadtrat Adi, Vincenz Zörtel. Lieber Vincenz, schön, dass wir wieder gemeinsam diesen Neujahrsabang ausrichten. Er sitzt neben dem neuen Ehrenbürger der Stadt München, den ich dann auch gleich mitbegrüße, weil ich in die Richtung schaue. Lieber Hans Bote und herzlichen Glückwunsch von uns allen. Und ich begrüße natürlich Sie alle hier bei uns bei der CSU. Und wir sind noch am Beginn eines neuen Jahres. Und was wünscht man, wenn das alte Jahr nicht leicht war, aufgrund Kriege in Europa der Krisen, weltweit der Unsicherheiten. Ich möchte Ihnen wünschen, zunächst mal persönlich, alles Gute. Gute Gesundheit, Zufriedenheit, privates Glück für Sie und Ihre Familien. Ich wünsche mir für dieses Jahr, dass die USA richtig wählt. Ich wünsche mir, dass die Menschen in Israel wieder sich erleben können und die Hamas besiegt wird. Und ich wünsche der Ukraine und der Welt, dass dieser verbrechersche Krieg mit einer Niederlage Russlands endet, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und vor allem diese Schwierigkeiten und Krisen, die ich aufgezählt habe, wünsche ich uns allen, dass wir mit Mut, mit Zuversicht diese Herausforderungen anpacken. Und ich bin auch überzeugt, es gibt auch genug Grund für diesen Mut und diese Zuversicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie alle bei der CSU-München sind. Ich freue mich. Ich freue mich, dass heute so viele aus der Münchner Stadtgesellschaft da sind, aus den Vereinen, Funktions- und Leistungsträger der CSU, führende Repräsentanten, vor allem der Verbänden, Vereinen, Bürgerinitiativen, Unternehmer, Schulleiter, Elternbeiräte, Vertreter der Medien. Ich herzlich begrüße und viele andere. Schön, dass Sie alle bei uns da sind. Und ich möchte auch vorstellen, die Mandatsträger der CSU, damit Sie anschließend auch die Ansprechpartner für die Gespräche erkennen. Aus dem Bundestag, es wird zumindest gesagt worden, ist Bernhard Loster. Aus dem Bayerischen Landtag der Kollege Alexander Dietrich, aus dem Wirtschaftstag Mark Strasser. Sehr stark vertreten ist die CSU-Stattsfraktion mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und einer ganzen Reihe von Stadträten. Es haben sich auch noch Referenten von uns angekündigt. Und natürlich ist da unser Fraktionsvorsitzender Manuel Petzl. Lieber Manuel, herzlich willkommen. Nicht vergessen möchte ich die zahlreichen Mitglieder der Bezirksausschüsse. Auch eine ganz wichtige Ebene der Mandatsträger, die in den Stadtvierteln wichtige Arbeit machen. Und Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger sind auch an euch, an Sie, die Mitglieder der Bezirksausschüsse. Ein herzliches Willkommen. Und liebe Ludwig, herzlichen Dank für deine großartige Arbeit in diesem Bereich. Herzlich willkommen, herzlich willkommen, unseren Gastredner des heutigen Abends, unseren Ehrengast, den Fraktionsvorsitzenden der CSU-Landtagsvorsitzenden, Klaus Rudetschek, einen der mächtigsten Männer in der CSU. Herzlich willkommen. Hallo. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du da bist. Ich freue mich besonders, ich freue mich auch sehr, du weißt es, dass du Fraktionsvorsitzender geworden bist. Du bist ein Politiker, der mit Leidenschaft und mit klaren Koordinaten Politik macht, dabei immer die Menschen im Blick hat. Ich möchte herzlich auch danken für das Amt, das du davor ausgemügt hast. Du hast in schwierigen Zeiten, in Pandemiezeiten, einen großartigen Job als Gesundheitsminister gemacht, so, dass die Menschen der Politik, aber insbesondere auch dir als Person vertraut haben, dafür meinen und unseren ersten Dank. Meine neue Aufgabe hast du jetzt noch mehr Einfluss, das ist gut. Du willst die Rolle der Landtagsfraktion stärken, das Profil erschärfen, das betrifft sich ausdrücklich. Und ich will dir sagen, dass dir das in den ersten Monaten auch ganz hervorragend gelungen ist und die Klausurtage in der letzten Woche war auch ein gutes Beispiel. Deswegen schön, dass du da bist, alles Gute für deine wichtige Aufgabe, meine und unsere Unterstützung hast du. Ich möchte mit einem kleinen, wirklich kurzen Rückblick anfangen und dann...